Hallo, mein Name ist Thomas Schlotter vom Autohaus Weber in Herrenberg. Ich möchte Ihnen heute einen unserer A3 vorstellen, der aus der Aufbereitung soeben in die Ausstellung gekommen ist. Das Fahrzeug ist aus 10 2008, hat 68.000 Kilometer gelaufen und kostet 15.900 Euro. Alle Details sehen Sie jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. A3 Sportback 1,4 TFSI, Zulassung 10 2008. Das Fahrzeug ist Ibis-Weiß, Kilometer 68.300. 92 Kilowatt, 125 PS. Als Extras Audiosystem Concept mit CD-Player, MP3-fähig. Einparkhilfe hinten, Fahrerinformationssystem mit Außentemperaturanzeige, Klimaautomatik, Lederlenkrad, Mittelarmlehne vorne. Kopfairbag-System mit Sideguard, Seitenairbags vorne, ESP, Alu-Räder. Das Fahrzeug verfügt über Tagfahrlicht, elektrische Fensterheber, vorn und hinten. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter www.autohaus-weber.de Wir freuen uns auf Ihren Besuch.